Hallo! Das ist nur ein ganz ganz kurzes Video, in dem ich sagen will halt, dass ich jetzt ein Intro habe. Ich habe ein Intro. Ich werde demnächst ein Lied covern. Ja. Und ich wollte mich für das Intro bedanken bei Max. Ne? Und so. Ich bedanke mich für das Intro bei Max. Finde ich voll lieb von dir. Und so. Ich habe mich voll in den Keks gefreut. Also ich freue mich immer nur voll in den Keks, weil ich es ja vor zwei Sekunden erst gekriegt habe. Egal. Ich freue mich. Und ich finde es schön. Und ich mag das Lied dazu. Und blabliblub. Kekse. Ja, ich finde es halt voll lieb von dir, dass du das für mich gemacht hast und so. Und hier ist das Intro. Ja, ich finde es toll. Wollte mich bedanken. Und ich würde mal sagen, ihr seht bald wieder was von mir. Bis dennne. Kurzes Video. Nur ein kleines kurzes Video. Ich weiß nicht, wo ich die Kamera einstellen würde. Uh, ich habe mein Intro. Ich freue mich voll. Also. Blabliblub. Also, meine Haare sind wuschelig. Egal. Es juckt jetzt nicht, glaube ich. Okay. Hi. Ja, ähm. Ich habe ein Intro. Ich, nein, damit darf ich nicht anfangen. Wieso wollte ich damit anfangen? Ähm. Ich habe ein Intro. Ne. Blabliblub. Kekse. Kekse. Es sind nur 24 Stunden, da werde ich dich wiedersehen. 24 lange Stunden, die zu langsam vergehen. Es wird mir heiß und kalt. Ich kann schon nichts mehr essen. Das ist mir ja noch nie passiert. Ich kann ihn nicht vergessen. Lass Telefon klingen. Mein Herz bleibt stehen. Wie kann mir dieser Typosonic Kopf verdrehen? Ich heb ab. Es macht Klick. Ich glaube, ich werde mal loben. Ich habe Fingernägel. Die sind voll hübsch. Voll aufgeklebt. Aufgeklebte Fingernägel. 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 Drehen. Drehen. Buh. Ja. Da. Da.